Er macht doch das Brett zu, Alter. Das ist doch wohl hier nicht so viel verlangt. Rektalbatterie. Den misst nämlich niemand. Bin ich mal hier drin, in dieser schimmeligen Bude ist nichts. So. 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 Ah, das ist doch... Die kriegen ja auch nicht mehr noch viel, aber haben noch den Sieg geholt. Ja, was soll ich sagen, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen. Er hat von drüben geschossen. Da fährst du zusammen, Junge. Aber die Armut hat er auch nicht getroffen. Mist, ich wollte bei meinen Steps... Olli, grüß dich! Herzlich willkommen, mein Bestner! Boah! Leck mich am Arsch! Ich wollte eigentlich zum LKW... Ey, hier sieht er mich immer noch, der Idiot! Hör auf! Boah! Wie viele Teile fehlen noch bis nach Apolda? Boah, du! Gute Frage! Ich glaub zwei. Wir fahren ja dann Bad Kösen und dann sollten wir ein Apolda sein. Vielleicht ein oder zwei Teile. Alter! Da hockt der Burgensohn immer noch da hinten. Junge, 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 da haben wir uns aber jetzt hier nochmal schön aus der Pretouille gezogen, Junge. Ich brauche nicht, dass da mitläuft. Wie so ein ekelhafter Mitesser. Boah, ich bin doch ja auch nicht richtig fit, da geht's hier schon wieder ab, Junge. Bad Köse war am Ende das aktuelle... Ah, stimmt! Stimmt, da hast du recht. Dann dürfte es noch ein Teil sein, ja. Bis zum nächsten Mal. Legt ihn um den Hund. Oh! Oh, ich blute wieder. Die alte Kriegsverletzung ist wieder aufgebrochen. Mist. Ah. Okay. 15 Scafs waren das, glaube ich. Dann müssen wir noch 13 anlegen. Junge, Junge. Erste Rage haben wir hier einfach mal ziemlich ungeschmeidig gestartet. Was war's wohl hier? Fischermansfrenz. Keiner da, der seinen Kumpel bejammert. Na, dann gucken wir mal zur Tankstelle. Nö. Den haben sie, Mutterseelen, allein dort auf der scheiß Insel abgesetzt. Naja, gut, wegen einer Patron. An der Tankstelle wird geballert. An der Tankstelle wird geballert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht woher, oder? Easy One-Tap. Ich habe 7,62 PS Munition drin. Das ist eigentlich auch nicht so übel. Ich habe damit auch schon mal eins ans Fressbrett gekriegt. Aber ich habe ihn wahrscheinlich immer nur auf die Arme geschossen oder so. Ich habe nicht mal den Schuss gehört. Es ging mir vorhin auch so da hinten. Es ging mir vorhin auch so da hinten. Ich wollte ja eigentlich zu einem LKW. Ich bin da unten an... Ist das die Jägerhütte oder was das da unten ist? Bin ich... Bin ich gesporen und wollte dann weiter. Auf einmal ein Beschuss. Ich habe das? Ich habe aber gesehen, aus welcher Richtung es geflogen kam, als es flog an mir vorbei. Also ich habe es schon ungefähr geahnt. Ich habe auch schallgedämpfte Schüsse gehört. Also es war schon... Weiß ja so, wie schallgedämpft halt, wenn es an dir vorbeirauscht. Boah, ey, jetzt muss ich mich erst mal akklimatisieren, ey. Ich bin noch gar nicht richtig angekommen heute hier. Ne, gebt mir doch mal Zeit hier, um mich auf den Fuß zu fassen hier. Tarkov, Mann. So ein Stress. Ah, ich habe nichts zu essen mit Scheiße. Ach so, ja, durch den Painkiller. Der war allein, glaube ich, sonst wären die hier zu zweit gelaufen. Etwas Schwund ist immer vorbei. Hier hat er noch schnell seinen Rucksack weggeworfen. Oh, ich bin mit Krieg. Ja, denke ich schon. Puh. Oh, noch mal. Wie mache ich das jetzt? Gucken wir mal, was der für eine... Der hat eine 6er Body-Armorne gehabt. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, das kann auch weg. Ach, das kann auch weg. Hey, Alter. Alter. Der Hund wollte seinen Loot versenken. Ach, meinen. Ja. Im Endeffekt war es dann meiner. Hat nicht ganz geklappt. Armor am NCX. Ah, von der SVD nur Optik und Schall. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist das auch Blödsinn, weil... Die... Alter, ich verbrauche... Ich verbrauche beim Gehen. Na gut, da kommt meine Body Armor dazu. Also mein Rick, dann seine Body Armor, die Granaten, die Waffen. Ich verbrauche beim Gehen. Ja, wir müssen auch was essen. Wir müssen raus. Das kommt ja auch noch dazu. Ich meine, ich hätte mal einen Rick weg. wegschmeißen sollen da fehlt mir jetzt noch meiner sammler willst du mich jetzt komplett verarschen ich dachte schon wieder das ding ist weg wir schaffen es nicht mehr oder irgendwas muss ich wegschmeißen meine ok greifen den Rick von den Skeff und versteckt keine Rüstung. Ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr, habe ich so gedacht, für jetzt großartige Experimente bei den Skeffs. Vielleicht hätten die auch was zu essen, man weiß es nicht, aber vielleicht auch nicht, weißt du. Und dann hier zählt jede Sekunde. Ich sehe es extra dahinten schon, ich kann es schon riechen. Ja, aber jetzt braucht man sich nicht wundern, wer rennt denn schon mit einer 6er Bodyarmor hier durch die Pampa an, das ist doch schon, dass ich da mit der PS eine Weile brauche. Und im Endeffekt habe ich ihm wahrscheinlich eins in die Fresse gefallert. Zähle. Aber was für ein Krimi schon wieder hier ist. Der erste Rage, ich bin total fertig. Ich bin schon wieder zu nichts mehr zu gebrauchen. Junge, Junge, Junge. Eieieiei. Eieieiei.